Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das ganze Zeug aufgehoben haben. Erinnerst du dich nicht an den Drachen? Den haben wir so gern steigen lassen mit Mutter und Vater. Diese Zeiten sind längst vorbei. Das ist doch unmöglich. Mein Drachen hat sich in einem Kindermädchen veräldert. Mary. Poppins, du bist wieder da. Du bist ja kaum älter geworden. Bitte. Über das Alter einer Frau spricht man nicht, Michael. Das habe ich dir doch beigebracht. Was führt dich hierher nach all den Jahren? Dasselbe wie beim ersten Mal. Ich komme, um die Banks-Kinder zu versorgen. Und? Oh ja, euch auch. Wir werden unser Haus verlieren. Alles geht in die Brüche seit eurem Mutter. Ich vermisse Mutter. Es geht nur etwas weiter, ändert nur den Weg. Du bist genau rechtzeitig gekommen, Mary Poppins. Wie hast du das gemacht? Was meinst du? Du hast den Kindern Flausen und Unfug in den Kopf gesetzt. Sie haben vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein. Alles ist möglich. Selbst das Unmögliche. Auf los geht's los! Marry Poppins Herkir.